Hallo, ich bin Maurice. Ich mache hier bei der ESPAS die Ausbildung zum Kaufmann EFZ. Ich möchte dir zeigen, was ich den ganzen Tag so mache. Komm doch mit! Zu meinen täglichen Tätigkeiten gehört, dass ich vielseitigen Kundenkontakte habe, Bestellungen abwickeln und Rechnungen erfassen. In der ersten Lehrhälfte durchläufst du verschiedene Abteilungen der ESPAS. Eine von diesen Abteilungen ist zum Beispiel das Projekt Restwert. Den zweiten Teil deiner Ausbildung absolvierst du dann in einem externen Lehrbetrieb im ersten Arbeitsmarkt. Was mich motiviert, um tagtäglich dran zu bleiben, ist, dass ich ein super Berufsbildner habe und meinen Coach, der mich in jeder Situation unterstützt. Dadurch fühle ich mich sicher für meinen Start ins Berufsleben. Was ich an der ESPAS an der ESPAS finde, ist, dass es sich anfühlt, wie es arbeiten dürfen und nicht ein müssen. Wenn dieser Einblick dein Interesse geweckt hat und du Unterstützung von der IFA hast, dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf dich!